Zwienemünde in Sicht, alles hell erleuchtet und da kommt auch schon der Tunnel, der verbindet die Insel Wollin mit der Insel Usedom, die haben grünes Licht, wir können passieren, wir sind auf dem richtigen Dampfer, ein bisschen verschwommen, Gegenlicht, aber das ist unser Tunnel, zum ersten Mal fahren wir durch den Tunnel, schön besucht schon. Eine Fahrt durch den Tunnel, heute war Neueröffnung, ist ja voll mit Autos, alle wollen heute rüber und wieder zurück. Jetzt kommt Licht ins Dunkle, noch, wir fahren immer noch, 50 ist erlaubt, muss doch gleich Tageslicht kommen, doch da oben, sehe ich schon den Himmel und wir sind in Zwienemünde. Na, haben wir es geschafft und gefunden.